Hallo, mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. In den Medien hört man immer wieder Apfelessig, der Schlankmacher, schlechthin. Und deswegen habe ich mich immer mit dem Thema auseinandergesetzt, weil schönere Haut, flacherer Bauch und bessere Verdauung, wenn man sowas hört, dann möchte man das doch auch. Und ich habe mal genauer geschaut, Apfelessig, was macht das? Ich habe es selber auch mal ausgetestet und habe mir auch mal die Studien angeguckt. Und wenn dich das Thema Apfelessig interessiert, dann schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was du dazu mit dem Thema schon herausgefunden hast und schau dir auf jeden Fall mein Video an. Gut, starten wir. Apfelessig. Aus was wird Apfelessig überhaupt gewonnen? Apfelessig wird aus Apfelwein gewonnen, kombiniert mit Essigsäurebakterien und daraus entsteht dann der fertige Apfelessig. Und wenn man sich die Inhaltsstoffe dann mal genauer anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich vergleichbar ist mit Apfelsaft. Also es ist jetzt nicht mehr Mikronährstoffe, Vitamine oder etc. drin. Es ist im Endeffekt damit relativ gut vergleichbar. Aber wie kommt es dann auf diesen Produkten mit dem Apfelessigpulver zu den Zusätzen? Ja, das ist künstlich zugesetzte Vitamine, Folsäure und verschiedene andere Sachen. Und wenn man Fachleute fragt, dann kommt man zu dem Thema, dass das nicht schadet. Aber die Wirkung und die Studien dazu, die sind doch relativ gering. Meistens nur Tierversuche und eine ganz, ganz geringe Zahl an Leuten, die daran teilgenommen haben. Und die Studien, die sehen immer davon aus, dass man ein Glas Wasser, so 200 Milliliter dazu nimmt, dann zwei Teelöffel Apfelessig und dann noch Honig. Wenn das nicht schmeckt, gibt es halt auch diese Fertigpulver und die versprechen dann die ganzen Effekte. Und man muss eines sagen, helfen oder versprechen, die Versprechungen, die da gekommen sind, halten die auch das, was sie versprechen? Und meine Antwort ist ganz klar, nein. Aber ist alles falsch? Ist das Versprechen, dass man dünner wird oder dass Diabetes im Endeffekt vielleicht sogar ein bisschen verbessert wird? Grundsätzlich falsch. Nein, nicht ganz, weil Essigsäure macht in unserem Körper, das wird meistens aus dem Darm noch genommen, sehr viele positive Effekte. Und die Essigsäure im Körper ist aber in viel, viel höheren Mengen als diese zwei Teelöffel vorhanden. Und da brauchen wir auch nicht Apfelessig. Es gibt auch, sage ich mal, Obstessig, der genau die gleiche Effekte hätte, wenn er diese Konzentrationen schaffen würde. Und das Schöne, was ich dir heute noch dazu mitgeben möchte, ist, du kannst Apfelessig ohne Bedenken in dieser Form täglich zuführen. Wenn es dir gut tut und es sogar schmeckt, dann hast du auch gar keine Probleme, weil es schädlich ist, ist es auf keinen Fall. Aber diesen Benefit, den es verspricht, macht es nicht. Was macht es denn mehr? Weil Essigsäure ist ja das, was im Endeffekt den Mehrwert bringt. Und wenn du dich, sage ich mal, sehr gesund ernährst, das heißt pflanzenreich mit Rohkost, Gemüse und Vollkornprodukten, dann produzierst du viel mehr Essigsäure als das, was du mit dem Apfelessig extern zuführst. Also, wenn du noch Fragen zum Thema Apfelessig hast und noch ein paar Anmerkungen oder Kommentare, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Schreib mir dann und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Macht's gut, euer Frank. Bis zum nächsten Mal.